Was steckt hinter dieser Kooperation? Also Felix Klemme hat frühzeitig erkannt, dass der Trend, Fitnessprogramm und das Workout nicht mehr in geschlossenen Räumen zu absolvieren, sondern rauszugehen in die Natur, die Natur spüren und wirklich auch in diesem Moment Lebensqualität zu generieren. Absolut. So, und das ist natürlich für uns als Outdoor-Marke absolut, das passt perfekt zusammen. Wir draußen zu Hause mit Felix Klemme Outdoor-Gym-Produkte entwickeln, nicht nur Bekleidung, sondern auch im Schuhbereich. Da haben wir zum Beispiel unseren Cross-Trail-Schuh, da ist er. Der ist so konzipiert, dass absolut die Sohle hier jeden Bewegung des Fußes mitmacht, aber auch sehr nah an der Natur ist. Man sieht schon. Genau, sehr flexibel. Aber trotzdem mit Profil. Und natürlich sehr mit Profil, weil man natürlich je nachdem welchen Untergrund man hat, man auch den Grip haben muss. Und gleichzeitig natürlich sehr leicht. Wir haben hier eine Knit-Konstruktion, die wir hier einsetzen, also ein super leicht, flexibler, atmungsaktiver Schuh, der für Outdoor-Gym prädestiniert ist. Jetzt sehe ich hier hinten auch so ein Outfit. Ja. Können Sie mir das mal erklären? Also in der Bekleidung, da fokussieren wir zwei Themen ganz stark. Einmal Komfort. Wo macht sich das hier bemerkbar an der Kleidung? Also bei der Airlock-Jacket, die sehen wir hier zwei Besonderheiten. Einerseits Leichtgewicht. Wir haben hier einen Oberstoff von Pertex. Das ist ein Pertex-Quantum, also ein Eye-End-Oberstoff, der auch winddicht ist und gleichzeitig sehr leicht und atmungsaktiv ist. Zum Zweiten unsere neue Airlock-Isolation. Das ist im Prinzip eine Isolation, die gleichzeitig als Futterstoff tendiert. Ja, das heißt Abbildfestigkeit, aber gleichzeitig eine sehr hohe Isolation. Normalerweise hat man ja eine erste Schicht, dann die Isolation und dann die dritte Schicht. Und da haben wir von 30 auf zwei Schichten runtergegangen, haben Gewicht gespart, aber eben die Isolation nach wie vor sehr hoch gehalten. Jetzt sehe ich hier unten was, das habe ich noch nicht so oft gesehen, die Hose. Das ist unsere Atmosphere Shorts. Das ist eine gepaddete Shorts. Das heißt, wir haben hier mit synthetischen Fasern gearbeitet als Isolationsschicht. Gleichzeitig hat sie an der Seite unser Nanook. Durch dieses Nanook generieren wir Stretch, das heißt Bewegungsfreiheit optimiert. Und ja, das ist natürlich für kältere Tage, wenn einer zum Beispiel joggen geht oder sein Fitnessprogramm draußen im Wald absolviert. Und er braucht nochmal zusätzlich etwas Wärme. Ja, ist die Hose ideal dafür. Sehr futuristisches Outfit, aber ihr habt bestimmt schon wieder neue Sachen im Petto. Wie geht es weiter? Ja, natürlich. Also wir sind jetzt, gedanklich sind wir schon zwei Saisons weiter. Wir werden natürlich dieses Programm weiter ausbauen und wirklich sehr pfiffige und innovative Technologien in den nächsten Saisons mit einbauen. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf und wünsche Ihnen noch eine erfolgreiche Messe. Ja, vielen Dank und bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020